Saisonbedingt nimmt die Zahl der Arbeitslosen im Dezember traditionell zu. Das war auch im letzten Monat des Jahres 2013 nicht anders, erläuterte Horst Holas, der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit heute in Kempten. Demnach liegt die Arbeitslosenquote im Allgäu aktuell bei 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. 11.438 Menschen waren im Dezember ohne Arbeit, gut 400 mehr als noch im November. Dennoch ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit letzten Monat vergleichsweise moderat ausgefallen. Wir hatten im Dezember natürlich von den Witterungsverhältnissen noch einen milden Monat. Beschäftigte in Außenberufen konnten dort noch arbeiten, deswegen ist es eine leichte Erhöhung gewesen. Die Arbeitslosigkeit im Allgäu variiert jedoch. Bei den kreisfreien Städten sticht Kaufbeuren heraus. Hier ist die Quote mit 5,9 Prozent am höchsten, gefolgt von Kempten mit 4,5 Prozent und Memmingen mit 3,6 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote hat nach wie vor das Unterallgäu mit 2,1 Prozent. Auch dort ist die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt gestiegen. Lediglich im südlichen Oberallgäu hat sich die Arbeitslosigkeit im positiven Sinne verändert. Da waren sogar 60 Personen weniger arbeitslos. Hier spielt bestimmt eine Rolle, dass gerade touristisch hier schon Leute Beschäftigung gefunden haben durch die Saison, aber auch im Einzelhandel dort Personal gesucht wurde. Stolz präsentierte Horst Hohlers heute auch die Zahlen für das gesamte Jahr 2013. Zu Beginn des Jahres lag die Quote noch bei 3,6 Prozent. Den Tiefstwert erreichte sie im Frühsommer mit 2,9 Prozent. Zum Abschluss des Jahres lag sie eben jetzt bei 3,2 Prozent. Das ist auch die durchschnittliche Arbeitslosenquote für das gesamte Jahr 2013. Damit sind wir im Bundesvergleich eine der Regionen, die da an oberster Stelle mit rangieren. Die Beschäftigung hat sich auch positiv entwickelt. 238.500 Beschäftigte, das sind, wenn man einen Zweijahresvergleich anstrengt, 12.000 Beschäftigte mehr wie im Jahr 2011. Das sind erfreuliche Daten für unser Allgäu. Sorgenkind ist nach wie vor die Zahl der älteren Arbeitslosen. Jeder Dritte über 50 ist ohne Arbeit, jeder Vierte ist älter als 55 Jahre. Um ältere Arbeitslose darauf vorzubereiten, was Unternehmen heute erwarten, will die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen auf eine entsprechende Qualifizierung der über 50-Jährigen setzen. Da schadet es bestimmt nicht, dass sie die Zahl ihrer Arbeitsvermittler 2013 aufgestockt hat.